die nächste Folge gleich danach die Eisenwiller wirklich möchte einfach nur Diamanten wenn es so viel ist auch nicht jetzt auch nicht wieder verlangt aber das Gold nämlich wieder mit kann man ja auch gebrauchen für irgendwas zumindest vielleicht mal für einen goldenen Apfel oder ähnliches oder Schienen so und schon wieder vielleicht ein bisschen habe ich das Gefühl obwohl ich 25 bis 30 FPS habe wundert mich jetzt doch die Falle auf jeden Fall zum nächsten Minnschacht welche hoch und hier hoch perfekt und wir auch noch dass sie alles abwischen zu lieben statt einem Gravel Weiß hier höre ich irgendwo ein Skelett das gefällt mir gar nicht verheißen habe ich jetzt auch einiges zack 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 brauche ich doch nicht ich höre schon das Skelett nicht nicht zack zack und ich sehe es jetzt auch zack 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 das braucht noch das Eis und da unten ab zack und ist auch noch was Weiß zack 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 Eichnack auch schon über ein Steck so gefällt mir das und ist auch noch was im Gefehlfall auch mit ich lasse ja nicht gerade viel zurück keine Eise kann man quasi immer brauchen so das hier kommt zu statt dem hier nehme ich Blöcke um es zu machen muss ich keine Fackeln verschwenden so hier geht es nicht weiter vielleicht aber da hinten nein oft geht es hinter so ja Gravel noch ein bisschen weiter hoch ich würde spinnen auf jeden Fall da der Mensch hat es doch nicht klein in sich aus aus nice laut fail xp ich will diese xp haben da kämpfe ich mich jetzt aber nicht durch ich gehe vielleicht mal darüber hier ist kein skelett könnte mich nämlich böse überraschen das war ich nicht so zack das machen mit Profak es ist nichts möglich wieder auf der anderen Seite rüber dort nämlich auch noch mit dann habe ich das auch jetzt schießt mich nichts runter auch wieder her jetzt habe ich doch mehr Eisen hm ich komme schon auf die XP die ich doch das ganze Eisen bekomme jetzt sehe ich richtig krass das Sound ist gerade ein bisschen verzögert wo kommt denn die Spinne von hier ja hier hört sie sich ganz nah an vielleicht ich kann ich ja da oben rüber gehen ja das könnte sie ne doch nicht das Eisen mit es braucht doch nur noch Diamanten kann doch nicht so schwer sein sein nächste Schlucht oder wie da kommt jetzt auch nicht nach Diamanten aus Mann 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 ich glaube ich gehe mal runter so zack 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 jetzt zumindest die Spitzhacker zack weg auch ist auch auch kaputt gegangen schlägt das wieder auf hier so kommt wieder mit sich jetzt aufgenommen koppelstern auch doch nicht es wird mich so richtig freuen wenn du mit diamanten wert anwalt so es hat sich auch angebracht für lapis lazuli ja das werde ich glaube ich auch nicht so wir brauchen ach 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 hier war ich doch schon hm kann ich mich gar nicht wo ich bin jetzt krass hier sieht man bis ganz nach oben doch ein weiter weg ich glaube ich nachher lapis lazuli ich bin ich da schon vorbei das kommt zu so dann geht es wieder zurück hier hin schiebt wirklich kraft CP schriftlich krass das hoch ach 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 wo bin ich denn gekommen da war ich noch nicht ich brauche ja ja drei diamanten auf jeden Fall 5 wäre am besten und 7 wären am besten natürlich mehr immer immer willkommen aber ja fünf waren doch praktisch für eine Enchantment Table da hinten sind ja irgendwo die Spinnen ja hier irgendwo wahrscheinlich heißt Borna oder sowas ja hier wird in diese Richtung jetzt jetzt Mann oder weiter oben richtig schwer diese zu orten ja das ist aber nur eine normale Spinner hm vielleicht bin ich in einem neuen Gang wow der ist ja riesig krass ja das hat sich jetzt nicht gerade gelohnt jetzt soll ich nachher wieder mal zurückgehen ich glaube schon ich glaube schon vielleicht finde ich ja noch was keine Ahnung und da ist die Folge auch vorbei und da ist die Folge auch vorbei